So, willkommen zurück. Der Sandsturm heizt uns hier noch ein bisschen ein. Wir können aber hier schon mal sagen, hey komm, Food Prozessor, Food Prozessor und auch mein Food Prozessor. Wir hängen hier vielleicht nochmal den Bildschirm auf. So. Achso, wir sind hier nicht auf schnell, deswegen... Na, ob der dann so abkommt? Nee. Okay. Gut, Heilmittel werden hergestellt, glaub ich, oder? Ja, doch, werden sie. Irgendwas wollte ich hier noch bauen, aber ich... Ah, eine Mine, genau. Also für Energie sollten wir jetzt erstmal genug... oder... sollten wir genug haben. Handelsschiff ist gelandet. Yes. Gentomate, bitte gib sie mir. Hoch. Okay, und wir müssen noch ein bisschen mit Credits aushelfen. Ach komm schon. Zack. Und ich wollte hier nochmal was optimieren, warte mal. 16. Ich brauche vielleicht vier Baubots? 16. Ich brauche vielleicht vier Baubots? Ja. Das war die Gentomate. Und die Gentomate wird auch, glaub ich, hier angebaut. Genau. Das heißt, wir können hier schon mal sagen... Tschüss. 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 Achso, hier fehlt sein Material. Okay, gut. Was bauen wir als nächstes? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Meilenstein? Den Monolithen müssen wir noch bauen. 8 Technologien erhalten. Und die Bevölkerung auf 100 Hochstufen. Ich glaube, die 100 und die 300, das werde ich dann nachher am Ende machen. Ich möchte erstmal... die 8 Technologiestufen haben. Aber wie sieht... Warte mal, stopp, 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 stopp. Hier nochmal kurz gucken. Ich dachte... Ah, hier, okay. Wir bauen noch den Massenspeicher, die Farm-Dom und... Kolossal-Modul und ein Rohr-Bot. Rohr-R-Bot. So rum. Achso, wir haben ja genau. Wir haben jetzt hier, pass auf. Hier, komm weg mit dir. Wir bauen lieber... Die gehen Tomate an. Die gehen Tomate an. Äh, geht doch. Hm? Geht doch. Ich würde sagen... 560, da können wir mithalten. Hoffe ich. Yes. Okay. Super. Äh, die Nahrungsmittelproduktion läuft. Auf Sauerstoff-Generator. Mann, Mann, Mann. Waffen steigen. Waffen steigen. Waffen steigen. Super. Okay. Ja, war auch klar. Ja. Ähm... Können wir... Hier... Da können wir eine Verbindung eben bauen. Aber dann zerstören wir uns wahrscheinlich die, ähm... Die... Baukästen da. Deswegen... Mache ich das mir nicht. Sondern sage lieber... Ja, was wollen wir noch bauen? Ja, was wollen wir noch bauen? Na, bar... War im Koltron-Zentrum. Möchte ich gern noch haben. Nee, am besten. Ja, komm, da muss da drüben noch was hin. Oh, und, ähm... Ersatzteile sinken mir ein bisschen. Ja. Oh, und, ähm... 195... Das Problem ist, ich glaube ich brauche noch ein paar Leute. Wie sind die Bettenbelegungen eigentlich? Ist eigentlich immer was frei, oder? Also von da her... W... Woll ich sagen... 60. 60. 90. Ähm... Ich würde hier mal nochmal... Einen... Sauerstoffgenerator bauen. Vielleicht? Ich habe da hier gerade alle 3 da... Das hier ist das Sicherheitscenter. Da baue ich meine Sicherheitskonsole. Ja, ist okay erstmal. Habe ich jetzt den... Ne, habe ich noch nicht. Doch habe ich... Ne, habe ich nicht. Oh yes. Nehme ich gerne in Empfang. 600, alter Schwede. Ich hoffe... Scheiße, das geht nicht auf. Aber wir haben ja Heilmittel. Packen von denen ein paar raus und packen von denen ein paar rein. 612. 612. 612. 612. 612. Ok. Gut. Wasser ist genügend da. Sauerstoff für 120 jetzt. Wollen wir erstmal die Basis... Ja, ich glaube das mache ich. Oder? Da. Kann ich den hier abreißen? Aber ich möchte es nicht abreißen. Ne, lieber nicht. Ehm... Wie sieht es hier aus? Wie sieht es mit unseren Baubots aus? Haben wir... 4 Baubots. Ok. 4 Baubots. Sorry, du musst doch mal rein anfangen. Und du bitte auch. Einer reicht hier mal. Einer reicht hier hinne. Ok. Technologien. Wir fehlen nur noch zwei. Ok. Farm-Dom. Und... Boa... Alter. Boa-Robot. Tear. So rum. Ja. Und Energie ist halt genug da. Ja. Also das... Hoffe ich. Ja. Sollte... Sollte funktionieren. Na bitte. Ja. Natürlich. Zwei behalte ich. Wobei. Ich behalte so viele. Und den Rest mache ich mit Essen durch. Ja. Ja. Oh bein... Das ist echt nelockend. Ich behalte aber hörte. Du bist neuer... Du bist neuer... Ich könnte Compensational bestimmen. Neuer-Unden. Du bist neuer... Tja, wie sieht es hier aus? Wir holen ordentlich Material aus der Mine raus. Aus den Minen. Super, dann brauchen wir noch eine Technologie. Und dann können wir eigentlich auch... Ich würde auch gerne noch ein Labor, eine Krankenstation einrichten. Am besten, hier irgendwo. Kommt das Labor hier hin. Und dahinter gleich die Krankenstation, eine große. Ich setze sie mal hier hin. Sandstrom entdeckt, okay. Wir machen schon mal Alarmstuff gelb an. Ja, bleibt uns nicht anders üppig, als wir noch ein bisschen... Credits zu tauschen. Okay. Sollte von den kleinen Helferlein erledigt werden, hoffe ich. Oder? Oder? Wie? Wie gehört die Nähe aus? Das�- Da ist er. Da ist er. Gut. Wir müssen den überstehen. Okay. Auf gehts ihr kleinen Roboter. Die Energie sieht gut aus. Kramschütze wurde gebaut. Super. Dann würde ich mal hier sagen, bitte. Haben wir drei Tische. Machen wir noch ein Tropenfleisch? Ich weiß es nicht. Könnten wir. Könnten wir aber auch so bleiben lassen. Wir sind hier effektiv. Das war jetzt gerade nicht effektiv, aber... Wir brauchen nur noch eine Technologie und das war... den Bohr-Bot. Lass den, lass mal hier. Was wir wirklich brauchen, ist hier Setzteile. Warte mal. Warte mal. Warten wir nicht. Wir haben doch... An der Farm-Dom fehlt uns. Sie ist... Wir brauchen... Wir brauchen die Flügel. 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 Vielleicht fahren die auch nur dahin, wo sie gebaut worden sind, dann würde ich einfach mal vorschlagen, das war hier. Warte, was war das? Ein Kolonieschiff, okay. 63 Leute. Ne komm, lass, du kannst wieder fliegen. Botwerkstatt wurde gebaut. Und hier bitte mal Bohrroboter, die uns dann halt die Arbeit in den Minen ein bisschen erleichtern. Was bauen die hier? Die bauen Transport, ja genau. Okay, wir haben 67 Leute. Von 120. Der Ruf ist exzellent. Hier hinten ist kein, ne stimmt, das Landepad war hier hinten nicht. Tja, ich glaube wir müssen auch bald aber mal anfangen hier. 71, komm. Lass erstmal gut sein. Wir könnten... Bitte sag mir mal, dass du hier... Was denn ich? Ach so, ein bisschen Knete. Wir könnten... Na komm. Das lässt sich doch besser mit den Dingern handeln. Wir könnten jetzt noch eine Funkantenne bauen und sagen... Lass uns doch ein bisschen Besucher hier. Ach, die sind beschissene Roboter. Haben wir mittlerweile eigentlich schon einen Bohrroboter gebaut? Nein, haben wir noch nicht. Wo war das hier hin? Da fehlt Plastik. Plastik ist echt ein Problem. Und zwar liegt das wirklich daran, dass... Ich glaube wir haben nur... Ne, wir haben vier Felder, die Plastik produzieren. Ich glaube wir könnten das Salatfeld wegnehmen, weil wir haben die... Gehen Zwiebeln und die gehen Tomaten. Aber lasst uns mal gucken, wie sich... Unsere Nahrungsmittel entwickeln. Wo wir jetzt mal nichts verkaufen. Ich warte auf die Ressource, äh auf die Technologie. Ich werde eine solche Nahrungsmittel entwickeln. Ja, das Problem ist, dass sich auch alle bis dahinten immer hinfahren müssen, ja, aber was willst du machen? Hier ist ja eigentlich, aber hier halten sich auch welche, aber auch das ist okay. Ja, sieht gut aus mit der Energie. Hier 94% Wahrscheinlichkeit einer Vorhersage. Okay, Ersatzteile. 20% sollen sie maximal produzieren. Wir haben 7%. Ja, und Heilmittel müssen wir langsam mal ein bisschen mehr herstellen. Dazu brauchen wir Plastik. Toll. Toll. Nee, mein Freund. Ersatzteile bringen 15,40 und das Heilmittel bringt 25. Ich könnte mit 5 Halbleitern ein bisschen Geld rausholen. Aber da könnten wir auch warten, bis ein besseres Angebot kommt. Ich würde so vieles, der Fitnessraum wird überhaupt nicht genutzt. Also Fleisch steigt. Sandstorm kommt bald. Sandstorm kommt bald. Und das ist Plus Minus Null. Wir werden genauso viel produzieren, wie wir verbrauchen. Deswegen, meine lieben Freunde, bauen wir hier. Bauen wir nochmal einen Biodom. Dann würde ich fast hier hinsetzen, oder? Hier hinten. Dann ist noch ein bisschen mehr. Du kannst das nicht mehr machen. Dann ist noch mal ein bisschen mehr. Dann ist noch ein bisschen mehr. weil es nicht geht die richtung ist auch am schluss das ist aber auch hier schon schluss oder kann es gar nicht weiter ich dachte man kann halt kann man gar nicht die richtung kann man auch extrem viel weiter aber natürlich ein bisschen blöd gebaut jetzt hier, oder? Nahrung Quatsch, hier ich bin dran ich bin ja dran wir könnten hier vorne eigentlich ich weiß nicht, ich werde das Modul einreißen und was hast du? 35, das ist gut ja klar, warum auch nicht wir brauchen Bohrroboter die kommen nicht in die Pusche, nur weil wir kein Plastik haben aber die Plastikproduktion läuft auch hoch, tut man ja, wir brauchen dringend Plastik, okay, gut Plastik Plastik eine Aufbereitungsanlage und hier und hier Bombereien müssen ein bisschen schnell sein okay vielleicht auch das hier ein bisschen ausnutzen aber Nahrung kriegen wir ja dadurch trotzdem also von daher ist das okay, das produzieren wir auch wunderbar ja, wir lassen den mal so erstmal wir lassen den mal so erstmal wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus eigentlich? wir könnten hier noch Food-Prozessoren hinstellen das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee das heißt dann haben wir vorrätig mehr Nahrung okay, aber an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause denn es ist schon wieder Zeit wie die Zeit verfliegt hier okay, bis dahin, hofft ihr euch Spaß Tschüss